Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon 1 und von Dominik Zindl. Assistiert, willkommen in Locarno und Jägen Reinert in dieses K.O.-Spiel und den Einzug in den Semifinal. Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon. Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon. Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon. Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon. Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon. Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon. Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon. Das Spiel wird geleitet von Claudio Prato als Weapon. Das Spiel ist إلى den座 atten. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Grande Taglio, in Lugolinea di Venestria! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Finisce fuori questo stanzo di Tania, ed ecco il Blue Boys! Blue Metro, bellissimo servizio! 14-19! Bellissimo, il diagonale stretto di Vanessa, la squadra bella è del fan out sul 12-15! Io con la nascosta la conosco, vero Gaia? Anche la Demora? E' un applauso per le ragazze che rientrano in campo! Forza il terzo, facciamoci sentire! E' un applauso per le ragazze che rientrano in campo! Forza il terzo, facciamoci sentire! Tocco del muro! 13-12! Tocco del muro! 13-12! Ma chi è? Un attacco! Viva Vanessa! 16-16! Ma chi è quello? Ma chi è quello? Ma chi è quello? Ma chi è quello? Subito del muro di Gugno ed adesso! 14-16!!! Applaus Der Baller war die Angelegenheit. Der Baller war die Angelegenheit. Die Wunschung ist ein Wunschung. Das war's für heute, Sanne Bianco! Switch! Finisce fuori das Sanne Bianco ... 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